Das Update 7 von Satisfactory ist im Early Access erschienen und auch ich bin wieder da, um euch die Neuerung in gewohnt kurzer und knackiger Form vorzustellen. Wer es immer eilig hat, der dürfte sich über die neuen Zip-Gleiter mit Sprint-Funktion freuen. Sorry, ich komme mit den Dingern eh nicht klar, aber vielleicht freut sich der ein oder andere von euch ja darüber. Coffee Stain hat auch nochmal den Stromverbrauch von geboosterten Maschinen nachjustiert, wodurch im Großen und Ganzen weniger Strom benötigt wird. Ich produziere zwar sowieso möglichst immer Energie im Überfluss, wodurch ich den Unterschied gar nicht wahrnehme, aber im Early Game und auch für Effizienzfetischisten könnten diese Änderungen durchaus interessant sein. Das Satisfactory Update 7 gibt uns einen guten Grund auf die Jagd zu gehen, denn aus den tierischen Überbleibseln kann Protein verschiedener Art hergestellt werden, woraus wiederum DNA-Kapseln produziert werden. Diese Produkte benötigen wir für Forschung in der MAM, aber vor allem auch dazu, die DNA-Kapsel im Awesome-Sync zu vernichten. Ihr Wert wird unabhängig von den normalen Produkten mit eigener Formel berechnet, aber grundsätzlich gilt auch hier, je mehr, umso teurer. Ich freue mich aber vor allem darüber, dass ich endlich die ganzen angesammelten Tierkadaver sinnvoll verwerten kann. Jetzt wird es richtig interessant, denn in Satisfactory werden verschiedene Game-Modes eingeführt. Den Anfang machen jetzt in Update 7 Passiv- und Wehrhaft-Modi. Monster greifen euch also gar nicht mehr an oder erst nachdem ihr sie angegriffen habt. Man kann auch im laufenden Spiel über die erweiterten Spieleinstellungen einfach umschalten, wenn man mal seine Ruhe haben möchte. Und es wird noch besser, denn Förderbänder lassen sich nun direkt und mit der korrekten Stütze in die Werkhalle stellen oder an Wände klatschen. Das ist super, wenn es mal schnell gehen soll oder irgendwie zu fummelig ist. Und wer, so wie ich, am liebsten erst die Stützen feierlich hinstellt, um Förderstrecken zu planen, der kann dies ja auch weiterhin tun. Ach ja, zu diesem Feature gehören auch die neuen Deckenhalterungen. Und ja, das alles funktioniert auch mit Rohren. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Höhepunkt von Update 7, Blueprints. Zunächst muss die entsprechende Stufe im Hub freigeschaltet werden, dann lässt sich der Blueprint-Designer bauen. Alles, was man innerhalb des Rahmens konstruiert, kann als Blaupause gespeichert und immer wieder mit einem Klick kopiert werden. Dazu gibt es im Baumenü einen neuen Reiter, wo alle Blueprints aufgelistet sind. Ob eine Integration mit dem Steam Workshop vorgesehen ist, kann ich euch momentan nicht beantworten. Man muss sich aber fragen, ob das überhaupt sinnvoll wäre, denn auf der 4x4er Fundamentgrundfläche hat man nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Das ist auch gut so, denn in Satisfactory geht es ja gerade darum, in Ruhe an seiner Fabrik zu schrauben und nicht einfach mit Copy & Paste in Windeseile alles zu erledigen. So war ich anfangs auch ein Kritiker der Blueprints, aber ich bin ja nicht gezwungen, diese zu verwenden. Und nach reiflicher Überlegung und einiger Tests habe ich meine Meinung etwas geändert und werde in Zukunft definitiv meine Gebäudeteile und modulare Wandelemente damit konstruieren und abspeichern. Übrigens läuft auch gerade wieder das beliebte Fixmas-Event im Spiel. Das hat zwar nichts mit Update 7 zu tun, ich möchte aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, euch darauf hinzuweisen, dass ihr dieses Event abschalten könnt. Das wisst ihr eventuell nicht. Dazu müsst ihr allerdings in den Startbildschirm und von dort die Einstellung aufrufen. Ja, und dann könnt ihr in den Einstellungen dieses Event ausstellen. Das ist doch auch mal was. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken für das Einschalten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und ihr habt auch eine schöne Weihnachtszeit. Ich wünsche euch die von Herzen. Und dann sehen wir uns dem Mix wieder. Haut rein, Pioniere und Glück auf!